Hallo liebe Fabela iMac Zuschauer, Fabian hier mit einem Test zu Shark Dash. Shark Dash ist ein Casual Gamer Titel von Gameloft, der auf den Spuren von so erfolgreichen Spielen wie Angry Birds oder Coco Loco wandelt. Im Spiel übernehmt ihr die Kontrolle über den Hai Sharky, dessen Freundin Sally von unsympathischen Spielzeugenten aus der Badewanne entführt wurde. Fortan schießt ihr Sharky in bester Angry Birds Manier durch die Level und müsst die Spielzeugenten auffressen. Die Entwickler haben sich sehr offensichtlich am Angry Birds Spielkonzept bedient. Das macht den Titel aber nicht weniger sympathisch. Durch Ziehen an Sharkys Schwanzflosse katapultiert ihr ihn durch die Badewanne. Je stärker ihr zieht, desto weiter fliegt er. Selbstredend könnt und müsst ihr den Flugwinkel frei bestimmen. Euer Ziel ist es, alle Spielzeugenten in möglichst wenigen Zügen einzusammeln. Je weniger Spielzüge ihr benötigt, desto besser eure Sternenbewertung für den jeweiligen Level. Und je mehr Sterne ihr sammelt, desto eher schaltet ihr neue Level frei. Das Gameplay ist dabei einen Ticken herausfordernder als bei den berühmten Vorbildern. Denn die Entwickler haben sich allerlei einfallen lassen, um Sharky und euch das Leben schwer zu machen. Es gibt Barrieren, Wände, Rohre, Steine und viele andere Dinge, die euren Badewannenraubzug schon nach kurzer Spielzeit zu einem kniffligen Spielvergnügen gestalten. Ihr müsst Abstände genau einschätzen, das Ziehen an Sharkys Flosse exakt dosieren und eure Züge exakt planen, um die Levels zu bestehen. Ihr müsst Seifenstücke aus dem Weg schubsen und mit Badesalz zum Schmelzen bringen. Im späteren Spielverlauf übernehmt ihr zudem die Kontrolle über Sharkys Freunde. So kann Sawy mit seiner Sägennase Ketten durchtrennen. Hemi beherrscht eine spezielle Flugsprungtechnik und Scooby kann besonders tief tauchen. An Umfang mangelt es Sharkdash nicht, denn die Entwickler haben satte 96 Level designt und weitere Levels bereits angekündigt. Die Levels verteilen sich über verschiedene Themenbereiche von Japan bis Rom. Grafisch haben die Entwickler gute Arbeit geleistet, denn das Spiel ist charmant inszeniert und die Animationen gelungen. Auch der Sound passt gut zum Spiel, wenn auch die Musik etwas sehr spärlich eingesetzt wird. Mein Fazit. Sharkdash ist ein feuchtfröhliches Vergnügen, das insbesondere aufgrund des großen Umfangs, des tollen Leveldesigns und der charmanten Inszenierung überzeugt. Mir persönlich gefällt auch, dass der Titel vom Start weg herausfordernd ist und ich kann sehr gut verstehen, wie der Titel im Sturm die App Store Charts erobern konnte. Ich vergebe Sharkdash viereinhalb von fünf möglichen Sternen. Einen halben Stern lässt Sharkdash irgendwo bei der Inszenierung liegen, denn Angry Birds oder Coco Loco wirken noch einen Ticken charmanter. Habt ihr Sharkdash schon gespielt? Dann schreibt doch bitte eine Meinung zu dem Spiel in den Kommentaren. Tschüss und bis zum nächsten Mal, sagt euer Fabian. .